So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, wieder eine kleine Infofolge. Gestern Abend war es ja schon soweit, Thomas hat uns gesagt, was Teil 2 beim GO-Fest ist, welche Raids kommen, welche legendären zurückkommen und jetzt, alle sind überrascht, alle drehen durch, es kommen einfach alle zurück, ja, alle legendären Raid-Bosse kommen zurück beim GO-Fest, alle auf einmal, das müsst ihr euch mal vorstellen, beziehungsweise nicht alle auf einmal, sondern aufgeteilt in vier Kapitel, das zeigen wir euch aber gleich, es gibt nämlich auch noch einen kleinen Nachtrag, der ist bei diesen Artikeln hier noch nicht dabei, was euch jetzt vielleicht aktuell schon aufgefallen sein müsste, ist, dass die Raids anders aussehen, ja, ich möchte darüber jetzt nicht so viel sagen, außer es gibt jetzt hier Trainer-Erfolge, sind verschiedene Sachen, dass ihr, wenn ihr eine Mega-Entwicklung einsetzt, wenn ihr die meisten Lade-Attacken genommen habt, den meisten Schaden genommen habt, die letzte Attacke gemacht habt, das größte Pokémon habt, aus der größten Entfernung antretet, das sind verschiedene Trainer-Erfolge, die ihr jetzt während eines Raids bekommen könnt, und wenn ihr es schafft, einen Erfolg zu kriegen, kriegt ihr einen Counter auf eure Medaille, die Medaille ist neu, jeder, der heute einen Raid gemacht hat, müsste irgendwie schon was davon mitbekommen haben, auch gleichzeitig, dass die Raids jetzt ein bisschen anders aussehen, das Go-Zeichen sieht anders aus, die Arena-Farbe spielt eine größere Rolle, wird beim Raid vorher beim Pokémon angezeigt, dazu mache ich morgen aber nochmal ein extra Video, ich war nämlich gerade auch noch draußen und habe einen Bidiza-Raid gemacht und gefilmt, aus diversen Gründen, die ich euch alle morgen nenne in dem Video, und habe dieses neue Raid-Feature mal gezeigt und die Medaille gezeigt und die Belohnungen und alles dabei, drei Leute, die ich eingeladen habe, sind sogar mit reingekommen, Grüße an Arthur Hübner, Grüße an Skinny, Grüße an Alverscharf, also an den Hannes, das aber eben alles morgen. Jetzt das eigentliche Thema vom Video, Go-Fest 2021, der zweite Tag steht ganz im Motto, Raids, noch mehr Raids und schon wieder Raids. Jetzt hat hier Go-Games eine Übersicht gemacht, die ziemlich bunt und verwirrend vielleicht aussieht auf den ersten Blick, das ist halt, eine Stunde lang kommen diese Pokémon, danach kommen diese Pokémon, danach kommen diese Pokémon und danach kommen diese Pokémon. Weil das ja nur 4 Stunden sind, das Go-Fest aber 8 Stunden geht, wiederholt sich das dann wieder, deswegen stehen auch immer die Zeiten hier, 10 bis 11, 14 bis 15, 11 bis 12, 15 bis 16, 12 bis 13, 16 bis 17, 13, 14, 17, 18, das steht alles da. Und gleich noch vorweg, weil immer noch Leute auf der Welt existieren, die kein Ticket für das Go-Fest haben und immer wieder fragen, lohnt sich es ein Ticket zu kaufen, guckt euch nur alleine diese Boni an für Ticket-Inhaber, weil die Raids sind für alle da, aber Boni für Ticket-Inhaber am zweiten Tag, 10.000 EP extra pro Raid, wenn ihr also viel raided am zweiten Tag und ihr ein Ticket habt, dann kriegt ihr immer die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten, was schon sehr schön ist, 10 kostenlose Raid-Pässe an Arenen vor Ort, ihr wisst, ein Raid-Pass hat ungefähr den Wert von 1 Euro, 10 Pässe sind 10 Euro, das Ticket kostet ja gerade bei 6, 7 Euro irgendwas und ihr kriegt Pässe im Wert von 10 Euro geschenkt, also kauft euch das Ticket, egal was ihr macht beim Go-Fest. Egal was ihr macht beim Go-Fest, wenn ihr ein Ticket für 6, 7 Euro kauft, aber dann Pässe im Wert von 10 Euro dadurch bekommt, dann braucht man nicht nachfragen, ob sich das lohnt, das Ticket zu kaufen und das ist ja nicht alles, es ist ja auch die Spezialforschung noch, die erhöhte Shiny-Chance, hier, das, alles dabei, hin und her, zeitlich begrenzte Forschung für 8 Fan-Rate-Pässe, die kommen noch oben drauf, zu den 10 Euro kommen noch mal 8 Euro dazu, ihr kriegt 18 Euro, wenn ihr 6, ihr gebt, ihr gebt Niantic 6 oder 7 Euro und bekommt 18 Euro zurück, aber es gibt noch eine Event-Box kostenlos, nochmal mit 3 Fan-Rate-Pässen, das heißt, ihr bezahlt 6 oder 7 Euro und bekommt 20 Euro dafür, in-game wert, alleine, nur durch diese Sachen und nur am zweiten Tag das, was am ersten Tag alles für Ticket-Inhaber noch bonusiert, das ist ja dann noch gar nicht dabei, so, jetzt wollen wir aber nicht weiter ausrasten, sondern wollen einfach mal hier auf diese Übersicht, die ist nämlich übersichtlicher, als Übersicht, und ich möchte mit euch mal fix die Bosse durchgehen, mal gucken, welcher Boss würde mich denn interessieren, welchen Boss brauche ich noch, wo brauche ich noch das Shiny, eigentlich nirgendwo, weil die habe ich alle, wo bräuchte ich noch das 100er, da wird es interessant, oder wo habe ich das 100er und würde XL-Bombombs farmen, ihr könnt dann die Kommentare mal nutzen und auch mal runterschreiben, welche Bosse ihr am Go-Fast, am zweiten Tag raiden wollt, raiden müsst oder suchtet, ja. So, während der Windstunde, das ist die erste Stunde, die Windstunde von 10 bis 11 Uhr und dann Wiederholung von 14 bis 15 Uhr, erscheinen Mewtwo, Ho-Oh, Latias, Latios, Riggigigas, Giratina in der Wandelform, Gryssilja und Boreos. Mewtwo habe ich das 100er, Latias, Latios habe ich das 100er, Riggigigas habe ich das 100er, Giratina habe ich das 100er. Das heißt, für mich bliebe Ho-Oh, Gryssilja und Boreos, Obwohl ich Boreos, Gryssilja und Ho-Oh, naja, nicht so priggeln finde, ja. Riggigigas, Mewtwo, brauche ich auch keine XL-Bombombs mehr, ist auch egal. Hm, was mache ich in der Windstunde? Ich weiß es nicht. Latias und Latios, XL-Bombombs farmen, das ist eh nur eine Stunde, da schafft ihr nicht so viel. Giratina farmen, die andere Form ist auf jeden Fall besser. Die auf 50 pushen? Weiß ich nicht. Die Windstunde tut mich schon komplett überfordern. Das Pokémon, was am nützlichsten, effektivsten und stärksten drin ist, hier in der Windstunde, ist natürlich Mewtwo. Aber noch mehr Mewtwo's und noch... Na, ich wüsste jetzt schon nicht, was ich in der Windstunde machen soll. Ihr werdet wahrscheinlich alle auf Mewtwo abgehen. Meiner Meinung nach das Nützlichste, schreibt mal rein, was ihr sagt, was in der Windstunde das Beste ist, aber schreibt dann zusätzlich auch rein, selbst wenn das das Beste ist, ob ihr das auch macht oder was ihr macht. Vielleicht wäre es ja trotzdem eine feine Sache, sich noch ein Hunderter Ho-Oh zu gönnen, ja. Das ist ein schöner Vogel, der ist aus den früheren Generationen, der kommt auf jeden Fall höher als das restliche Zeugs, was ich hier noch brauche. Also vielleicht Ho-Oh, mein Tipp. Gleichzeitig gab es einen Nachtrag, dass während der Windstunde... Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber wer sich alle Bosse schon angeguckt hat, weiß, dass Kobaldium, Viridium und Terrakium fehlen. Na, Yendik hat nachträglich aber noch einen Post gemacht, wo drin stand, dass auch diese drei zum Go-Fest kommen, aufgeteilt, dass jedes in einer anderen Stunde erscheint. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, welches in welcher erscheint. Es kann natürlich sein, dass also eins von denen noch da drin ist. Terrakium wäre ja auf jeden Fall auch eins, was ich gerne als Hunderter hätte. Wenn hier jetzt Terrakium dabei wäre, in diesem... Dings... In diesem Block, dann wäre ich auf Terrakium gegangen. Also Terrakium, Viridium und Kobalium sind auch da. Auch wenn die hier bei diesem Artikel nicht dabei stehen und bei dem anderen Artikel nicht dabei stehen, das wurde nachträglich noch gesagt, die sind auch da. Hier, wie gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Würde vielleicht gucken, ein paar Ho-Oh-Rates, vielleicht da noch ein Hunderter, einfach so. Weil ich finde, Ho-Oh ist schöner als Chrysilia und Boreos. Lavastunde von 11 bis 12 und 15 bis 16. Lavados, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Regiram, Demeteros, Evil-Tal. So. Lavados habe ich ein Hunderter, Entei habe ich ein Hunderter, Groudon habe ich ein Hunderter, Heatran habe ich ein Hunderter, Regiram habe ich ein Hunderter, Demeteros habe ich ein Hunderter, Evil-Tal habe ich ein Hunderter. Das heißt für mich, wenn ich nach Hunderter gehen würde, blieben nur Regirock übrig, noch ein paar Regirock-Rates machen, obwohl das jetzt die ganze Zeit da war, aber ich glaube, weiß ich nicht. Man könnte natürlich sagen, man geht auf Evil-Tal für noch ein paar XL, aber Evil-Tal gibt es noch nicht als Shiny, kommt also eh irgendwann als Shiny wieder rein. Hier die Tiergeistform müsste als Shiny irgendwann wieder reinkommen, Regiram müsste als Shiny mal reinkommen. Da könnt ihr das ja alles noch, äh, da könnt ihr da ja noch überall rumfarmen. Das könnt ihr euch ja dann noch holen. Groudon, das ist so beliebt. Ich glaube, Groudon und Kyoko kommen sowieso jedes Jahr fünfmal. Ich würde wahrscheinlich in der Lavastunde also vielleicht ein paar Regirock-Rates machen. Klingt für euch jetzt unspektakulär, aber alle anderen habe ich als Hunderter. Ich könnte Groudon XL sammeln, denn ich finde, dass in dieser Konstellation jetzt Groudon und Demeteros meiner Meinung nach die stärksten sind oder interessantesten Pokémon, aber irgendwie finde ich Groudon trotzdem nochmal cooler als Demeteros. Also hier oben würde ich sagen, Mewtwo ist Favorit für die meisten, hier würde ich sagen, Groudon ist Favorit für die meisten, aber es gibt natürlich die Leute, die kein einziges Heatran haben und deswegen Heatran nutzen oder kein Entei haben. Es ist, es ist so viel Raum da für Spekulation, für Tipps abgeben, für das ist das Beste, aber das, da fehlt das und da kann man das und hin und her. Ich finde es also sehr interessant und freue mich auf eure Kommentare, um zu gucken wirklich, wie ihr das seht, ja. Jeden einzelnen Bereich, hier oben, Mewtwo, hier, Groudon, dann geht's weiter. Froststunde, 12 bis 13 und 16 bis 17 Uhr, Arctos, Suikun, Lugia, Rigiais, Kyogre, dann Selve, Vesprit, Tobutz, aber nur in ihren Regionen, das heißt bei uns Vesprit, obwohl sich viele gewünscht hätten natürlich, die Vesprit haben, aber die anderen zwei nicht, dass die auch zum Go-Fest weltweit erscheinen, ist aber leider nicht so. Deswegen haben wir damals ja auch Selve Rates für Zuschauer gemacht und Tobutz Rates für Zuschauer. Damit hat alles angefangen, das war das allererste Mal, dass wir überhaupt Rates für Zuschauer gemacht haben. Selve und Tobutz haben das eingeleitet. Palkia, Kyurem stehen ja auch noch dabei. Hier muss ich sagen, da habe ich Kyogre, habe ich ein Hunderter, Kyurem habe ich ein Hunderter. Palkia wäre für mich einer, den ich glaube ich noch mit am coolsten finde, von denen würde ich wahrscheinlich also auf Palkia Hunderterjagd gehen. Klar kann man sich XL gönnen für Kyurem, aber das kommt ja irgendwann als Shiny. Man könnte sich XL gönnen für Kyogre, aber ich finde das jetzt so oft drin, das kommt auch noch so oft, weil das so ein tolles Pokémon ist. Arctos ist jetzt nicht so krass, so Ikun machst du gar nichts mit, Lugia, Rigi-Eis, hier diese drei Teile brauchst du eigentlich nicht. Also für mich eigentlich auch eine klare Sache, dass das Interesse hier sicherlich an Palkia sehr sehr hoch ist. Ich persönlich auch auf Palkia gehen würde für ein Hunderter und dabei gleich XL sammeln, obwohl Palkia ja irgendwann trotzdem in die Raids kommt, um es als Shiny zu releasen. Aber da kann man jetzt ja schon mal vorsorgen. Was ist für euch da das Beste in der Froststunde? Schreibt es rein. Und dann habt ihr noch die Donnerstunde und irgendwie... Was wollte ich sagen? Sind das die wenigsten? Ne, hier sind es, das sind acht, das sind acht. Ja gut, das sind auch acht, das sieht noch mehr aus, weil die Dreier dastehen, also egal. Und das sind auch acht, also es ist überall acht. Donnerstunde 13 bis 14 Uhr und 17 bis 18 Uhr, da gibt es Zapdos, Raikou, Rigi-Stil, Raikwasa, Dialga, Voldolos, Sekrom, Xerneas. Zapdos habe ich als Hunderter, Raikou habe ich als Hunderter, Raikwasa habe ich als Hunderter. Xerneas habe ich als Hunderter, Sekrom habe ich als Hunderter. Xerneas, Sekrom kommen irgendwann ja nochmal zurück als Shiny, da kann man dann XL sammeln. Dialga kommt irgendwann zurück als Shiny, aber da würde mir jetzt das Hunderter fehlen. Dann habt ihr hier Voldolos aber noch drin. Voldolos ist auch eigentlich ein richtig starkes Pokémon. Ich würde auf die Yalga oder Voldolos gehen. Rigi-Stil war jetzt da, ist eigentlich nur für GWL großartig zu gebrauchen, hin und her. Ja, vielleicht, aber trotzdem. Obwohl, Raikou XL wäre cool. Oder auch nicht. Sekrom XL. Aber kommt ja irgendwann Shiny, kannst du dann ja raiden. Also blendet einfach alles aus, guckt am besten... Die Yalga und Voldolos kommen ja auch irgendwann noch als Shiny. Das heißt, da kann man die ja dann auch raiden. Und müsste jetzt nicht komplett sich auf die Bonbons konzentrieren. Wenn man Bonbons dann sammelt bei einem Shiny, kommen das Hunderter von alleine, gefühlt. Was jetzt nicht mehr so oft kommen wird, denke ich mal, ist Zapdos und Raikou. Sind beide schon als Shiny da, habe ich beide als Hunderter, müsste ich da eigentlich Bonbons sammeln. Aber am interessantesten, denke ich, trotzdem, für viele die Yalga und Voldolos. Obwohl Sekrom natürlich einer der krassesten Pokémon mit ist. Der beste Elektroangreifer hier auch am Start. Rayquaza immer noch heftiges Pokémon. Es ist also so viel Auswahl. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem aber die Yalga und Voldolos in die Richtung gehen. Schreibt ihr mal rein, was ist euer Favorit in der Donnerstunde? Auf was würdet ihr gehen? Es ist alles sehr verwirrend. Es ist alles so viel. Auf einmal das überschattet, das überrennt mich alles. Vor allem, du hast nur eine Stunde Zeit. In der einen Stunde musst du dieses eine Pokémon finden. Kann ja sein, die Windstunde fängt an. Du hast zehn Raids in der Nähe. Und dann hast du neunmal Chrysilia, einmal Boreas. Und du denkst dir, toll. Aber die werden das wieder so machen, sicherlich, dass Raids nur 15 Minuten laufen. Und wenn einer um ist, direkt der nächste aufgeht. So wie das jetzt bei diesem Kando-Tag war, denke ich mal. Die können es nicht so machen, wie so jetzt hier. Vielleicht gehen die Raids auch nur fünf Minuten. Die sind auf und du musst direkt raiden, 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 raiden. Ladet euch ein, geht hin, macht sonst was. Das wird auf jeden Fall heftig. Also wie gesagt, ich denke mal, Mewtwo ist hier Favorit, Groudon ist da Favorit. Äh, Palkia ist da vielleicht Favorit. Und die Allgau oder Sekrom ist da Favorit für viele. Meine, die ich brauche, habe ich gesagt. Die, die ich nicht brauche, habe ich auch gesagt. Das wird auf jeden Fall ein Schlachtfest. Das war's von meiner Seite aus. Äh, morgen Raids für Zuschauer nochmal mit Rigi Gigas. Wer da noch kein Shiny hat. Oder wer noch gar kein Rigi Gigas hat. Schaltet morgen ein. Morgen nicht ab 8 Uhr, sondern ab 9 Uhr. Gönn dem Thomas mal eine Stunde Schlaf. Ähm, ja. Und ansonsten war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses.